Jungs und Mädels, was geht da ab? Heute möchte ich euch noch zeigen, wie wir uns ganz einfach den Brawl Pass kaufen können. Dafür öffnen wir natürlich als allererstes einmal Brawl Stars und klicken dann hier ganz einfach bei dem Startbildschirm sozusagen unten links in der Ecke einmal auf den Brawl Pass. Als nächstes haben wir dann sozusagen hier einmal den Free Pass und wenn wir uns jetzt tatsächlich auch den Brawl Pass holen wollen, dann klicken wir einfach mal links an der Seite auf holen. Da sehen wir eben diesen goldenen bzw. gelben Button, da klicken wir einmal drauf. Als nächstes können wir dann noch auswählen, ob wir uns den normalen Brawl Pass holen wollen oder den Brawl Pass Plus. Bei dem Brawl Pass Plus haben wir eben noch einige weitere Vorteile. Ich wähle jetzt aber für dieses Video mal den normalen Brawl Pass, der kostet 7,99 Euro, da klicke ich dann also dementsprechend drauf. Bei dem Brawl Pass Plus funktioniert das genau gleich und weil ich gerade auf iOS bin und auch schon eine Zahlungsmethode hier hinterlegt habe, muss ich das Ganze jetzt nur noch einmal per Face ID bestätigen. Ich gucke also einfach in die Kamera, drücke jetzt zweimal hintereinander auf die An-Aus-Taste und dann habe ich das Ganze schon bestätigt. Falls ihr bei Android seid, dann solltet ihr wahrscheinlich auch eine Zahlungsmethode hinterlegt haben, ansonsten füllt ihr das einfach kurz aus. Ich weiß nicht, wie ihr eben bezahlen wollt, vielleicht per Paypal, vielleicht per Rechnung, wie auch immer. Ihr seht es, du bist stark klar, dein Kauf war erfolgreich, ich habe mir also jetzt schon den Brawl Pass hier bei Brawl Stars gekauft. Ich klicke einfach nochmal auf OK, kann jetzt einmal zurückgehen bzw. dann kommt eben automatisch so eine Animation, dass ich das Ganze jetzt erfolgreich gekauft habe. Und wenn ich jetzt spiele, dann kann ich eben hier die ganzen Belohnungen freischalten. Wenn ich euch mit diesem Video hier also weiterhelfen konnte, dann lasst mir sehr gerne einen Like und ein Abo da. Schreibt auch gerne irgendwas in die Kommentare, was ist für dich egal. Einfach für den Algorithmus. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!